Was geht? Herzlich Willkommen zurück zu Splatoon 3. Den ganzen letzten Part haben wir hier im 15 Gebiet erkundet, haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Level geschafft und werden jetzt in das sechste und wahrscheinlich nicht letzte, aber momentan erdenklich letzte Gebiet gehen. Da kommt eh bestimmt danach noch was, aber das soll ich ja eh noch nicht wissen, so als Spieler. Aber da kommt der ESAFER raus. So, fangen wir mal an. Nächste Seite ist am weitesten abgelegt, oder? Scheinbar. War da was im Wasser? Ich glaube, ich habe da was gesehen. Hast du dich nicht? Pferde, wie wenn es sich herausfinden, wenn wir nicht erst mal da sind? Oh. Oh, fast nur Wasser. Kaum Land in Sicht. Oh, shit. Wie lange ist das wohl schon so? Oh, hey. Ich empfange etwas vom Dach des komischen Gebäudes da drüben. Äh, äh, Mikrofon. Wohin. Muss einfach Opa sein. Auf geht's nochmal 3. Wie läuft es hier so ab? Was sagt die Karte? Okay, ich glaube, hier zu navigieren wird etwas schwieriger. Das kann ich doch eh noch nicht schaffen, oder? Ich muss doch... Ja, ich muss sowieso hier. Great. Okay, ich dachte, ich müsste das hier wegmachen, um weiterzukommen, aber dem ist nicht so. What's that? Just... Einfach nur Textur. 1100. Die Dinger wären relativ teuer jetzt. Aber ich habe ja genug. Oh, ich kann... Ich kann hier so entlang gehen. Egal, mach mal ein Level. Klar, wie dicke Tinte. Besiege die Gegner im Nebel. Oh, shit. Interesting. Es gibt mir Nintendo Direct. Ich habe... Ich war überlegen, ob ich dazu ein React-Video mache, aber zwei Gründe sprechen dagegen. Erstens, das ist schon vorbei und ich war... ...noch unterwegs. Und zweitens, so ein Reaction-Video ist eher sowas für... ...wo du die Facecam anschmeißen musst und... Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob ich da... ...weißt du, ob ich mich da wohler fühlen würde. Deswegen... Also, wenn ich... Also, wenn ich der Reaction von mache, dann... Oh, shit. Habe gar nicht realisiert, dass es die sind. Also, wenn ich der Reaction davon machen würde, dann... ...wenn schon ohne Facecam. Aber ich denke mal... Ich warte einfach auf die nächste Direct. Die nächste Direct kommt bestimmt. Mensch, ich schau es mir sowieso. Aber ich habe es mir noch nicht angeschaut. Deswegen... Ich bin auch im Überlegen, ob ich es mache. Könnt ihr jetzt selber was dazu sagen? Was geht? Oh, what the shit? Die haben Waffen. Smart Fry! Mach was! Äh... Am fuck! Die hat mich umgebracht. Und von vorne auch noch. Okay, die können verschiedene Waffen haben. Das ist überraschend. Aber da habe ich nicht gerechnet, dass sie das können. Aber wir sind ja hier im sechsten Gebiet. Ich erwarte jetzt, dass das hier... ...nicht von der Hand geht. Trau dich doch! Trau dich doch! Hahaha! Ein paar sind noch übrig. Die haben sogar Curling Bombs! Ach, ich muss die besiegen. Alright, gotcha. Und da ist ein Checkpoint. Ich hätte gerne ein Leben. Was ist hier? Ach, mach auf! Wo sind die? Da unten! Da unten ist noch einer! Fick dich! Weg! Ich habe gesehen... Da oben! Das ist ein Feierabend! Mach was! Ich mache es irgendwie. Ähm... Ladies... Das ähm... Wo... Wenn man sei... Okay, mein Flieger hat halt Schild fungiert. Komm her! Dann hier oder ist das... Das ist geil! Oh no! Ich muss die defiaten! Weg! Nein! Nein! Den Shit! Mein Schild ist weg! Das ist schwer zu besiegen. Aber ich habe es geschafft, oder? Yes! Nice! Geil! Cooles Level! Cooles Level! Die können was! Die können tatsächlich was! Jesus Christ! Yeah! Lieber mit Vorsicht genießen! Nur so, jetzt habe ich zwei verschiedene Wege zur Auswahl. Und ich gehe den Weg, der mir versperrt war. Ich mache aber den hier schon mal auf. Oh, hey Kelly, was geht? Captain hat mir ein paar Pfischer, da würde ich gegeben. Hier bitte sehr. Er? Okay. Da kann ich hin, da kann ich hin! Oder? Nein! Ich dachte, er hat vielleicht funktioniert. Aber... Also, ich muss da oben hin. Das... All right. Scheint viel im Weg zu sein. Mach mal ein Level. Ja, auf geht's! In den vollen Rollen! Und ich habe Roller zur Auswahl. Zwei Stück. Welche werden es sein? Ich habe die so selten im zweiten Spiel. Aber ich habe nicht überwiegend nur mit Blaster und Enzap gespielt. Curlingbombe oder das hier? Ich nehme das. Mit den Insta-Bomben komme ich besser zu. Ich glaube, das wird cool. Ah, lieber auffüllen. Drücke Zeit eher um den Wagen, der Kinder zu verschauen. Ich mache das, denke ich. Ja, okay. I know that. So, da mal... Blödes! Geht doch. Okay, ich hätte ehrlich gesagt gedacht, dass die sich nicht umdrehen würden, wenn sie mich anschauen, aber tatsächlich sind sie so blöd, dass sie das echt machen. Ihr seid echt die Besten. So, Checkpoint. Und... Und das hätte irgendwie epischer werden können. Jum. Jum. Rock'n'Roller Nummer 3. Beck. 15 Fische, ja. I need them shit. Eine Rüstung ist am Arsch. Letzter Checkpoint. Da ist das Ziel und da so ein großes Ding. Was ist das hier in der Herausforderung? Ich wage meine Zweifel zu hegen. Und schau mal, ich kann da lang. hat das ein verstecken weg gefunden das passiert wenn man nicht auf der hut ist das telefon hat im hintergrund würde mich überraschen über das hören könnte wenn man das gehört hätte level geschafft ich habe was gefunden ein paar fische wo ist das signal das ist da oben auf das große ding da muss ich habe ich erst auf daneben geworfen die kiste das sieht nach anweisungen zur modifizierung von inkelingen aus was vielleicht dachte man so dass dass der gestalt ist der gestalt bewahrte körper einmal zurück ins leben geholt werden können alter was ist das das bild junge aber das ist doch sicher kein echter inkling das kann doch wohl nicht sein oder doch was der fack also kommt der basen level ok über habe ich mal im hinterkopf 700 habe ich das ist das loch wo ich durchgefallen bin habe ich angefangen komme ich da hin da oben kann ich komme ich scheinbar auch irgendwie hin 1200 ach noch eine schriftsolle nach dem großen sprung von inkopolis ins weltweite rammten die ich haben tentakul tentakul heißen die im englischen äh im deutschen im englischen heißen sie ja offene hook nun ihre neuesten gig gefunden vocals für die auf für die aufstrebende neue rock band dammstock featuring tentakul die sie online kennen lernten ein melancholischer melodischer sound mit unverkennbaren mit unverpellteren tentakul ich kann echt nicht lesen hast du was hast du was du hast was es ist schon irgendwie ziemlich da ist es zahl aber es rennt da gegen des gegen 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 diesen schrank da ich könnte mal gucken ob ich irgendwas aufbreden kann kann ich habe ich kann nichts freischalten ich kann schnell ins spiel zurück ich muss es noch mal ein paar von diesen anschubi dingern da finden vielleicht gibt es hier welche die wahrscheinlich nicht tauch sprint gewinnt errichtet das ziel innerhalb des zeitlevels wuhu ich freue mich schon ziemlich viel geschafft jetzt schon am ende naja was heißt schon die paar sind mega lang alle oh in dieser mission muss er das ziel innerhalb des zeitlevels erreichen ich mag ja die visuals wenn es diese stadt da ist ne sieht hammer aus was 25 sekunden nur bist du bereit das wird nicht einfach die musik spielt ne oh nein das wird ein katastrophen level vom allerfeinsten ich warte sehr schlimm ist jetzt haben wir läuft los 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 die checkpoints und mein fucking shit so baby erholt drücken quasi hat sie ja gesagt was soll der scheiß weiter so weiter so in den längeren weg gegangen ich hoffe das macht jetzt was wir das denn aber das macht es keinen unterschied nein macht es nicht ob so gegen einen flug was jetzt auch noch gegner ich glaube ich bin zeit verloren und ich hätte so ne halt ich nicht einfach weiter gehen was zwei das war geil das level war nicht so schön wie ich dachte holy shit das ist immer geil richtig gut und dass die zeit gehabt hast du ein bisschen zu viel nach meinem geschütter ich habe ich will einfach schwereres gewohnt das ist ja was er will mal aus da hoch da oben ist boss bei gegen mantaro wahrscheinlich also wer sonst ein kartenpäckchen what the hell ist das ist es eigentlich hier warum why do i need that oh hey wo wir gerade von den dingern vorhin geredet haben wahrscheinlich komme ich von der insel da oben nach da oben mein freund kannst du schon weiter machen ein platten spieler da ist ein level oder da vielleicht auch aber das wäre wir hier jedes kleckschen zählt ich lese ich lese ich lese die level beschreibung wenn ich was sie zum teufel ich eigentlich tun muss ich habe glaube ich wieder irgendwas für zeitlimit gelesen erreiche das ziel bla 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 habe ich recht hier wird durchdachtes vorgehen benötigt erreiche das ziel mit begrenzten tinten vorrat äh fuck vorsicht wenn du keine tinte mehr hast du hast das wasser schon mal drei habe ich automatisch verloren wenn meine tinte weg ist oder wasser das ist die question das ist die Frage die ich jetzt nicht weiß ich würde es am liebsten herausfinden oh ähm Ich geh hier mal durch, ne? Das ist doch die Versager. Oh, hi. Oh, fuck. Oh, no. Oh, shit. Das war von nöten. Habe ich viel? Ah, okay. Ich habe eine ganze Menge. Oh, ja. Ich bin schon back here. Bye-bye. Wie kommt es, dass wir immer noch da sind? Da vorne ist ordentlich was los. Kann ich mal jetzt hinterher wieder auffüllen? Wahrscheinlich nicht, oder? Da steht ja, dass ich mit Grenzen zenten im Vorrat habe. Da steht nun nicht, dass ich ihn... Ne, ich kann ihn nicht wieder auffüllen. Oh, nein. Das war scheiße. Jetzt darf ich alles nochmal von vorne machen. Aber an sich ist das nicht so schön. Verpiss dich von da. Bye-bye. Nicht, ich habe Besseres zu tun. Ich mag die Typen. Die können einfach so wenig. Ja, komm. Mach hin. Ja, komm. Ach so, wie kommt es, dass wir noch nicht da sind, hat sie gesagt. Was sind Mases im Hintergrund? Da vorne ist ordentlich was los. Das... War ganz schön knapp. So, die können nix. Einfach weiter hoch. Oh ja. Ziel versuchen. Ziel versuchen. Aber wollt ihr mich irgendwie verarschen, Jungs, oder sowas? Ähm, Jungs, bleibt dir das ja die ganze Zeit oder was? Haut doch ab! Elegant durchgekommen und das ohne einen Gegner zu erledigen. Captain meint, dass du das ganz schön... Abgefeimt. Ich hätte sogar die Tinte fürs Ende gebraucht, also... Souverän gemeistert. Mit einem Fehler, aber passt schon. Passt. Das ist gut. Das war super. Aber schon wieder ist gefunden. Wo geh mal lang? Wir könnten das damit machen. Ja, komm, wir machen bitte. Das war wahrscheinlich eine Verbindung von hier zu einem anderen. Oder zu dem Level da oben. Einfach Fische. So, dann hau mal rein. 2000. Ich glaube, ich muss fetten niesen jetzt. Oder? Oh, nee. Der Nieser geht weg. Das war heute schon mal in der Arbeit. Ich muss niesen, aber er ist nicht gekommen. Nee, ich hasse es. Wenn du niesen musst, und du freust dich schon so richtig drauf, und dann haut das Ding und dann geht es einfach weg. Ich könnte kotzen. Scheint mir so, als würde es mehrere Wege nach oben geben. Das ist eine Verbindung daher. Das ist ja gemein. Wenn ich nicht die Fischeeier hätte, könnte ich jetzt hier nicht weitergehen. Nur bestimmt, was ich hier nochmal 3. Oh, da geht's hoch. Oh, da geht's hoch. Will er das? Wo ist der? Ach da hinten. Hier oder was? Okay. Der war so am Rand. Ich dachte, der will da runter oder sowas. Lass dir ruhig Zeit. Was haben wir hier? Tortur-Tour. Tortur-Tour. Das ist auch gut. Ja, ich hab schon wieder nicht gelesen, was ich machen muss. Einfach nur Ziel erreichen, oder what? Bieter allerlei Angriffen die Stirn und kämpf dich ans Ziel. Wir müssen dann warten. Ich habe viel zu verstehen. Der Gegner wappne dich entsprechend. Machen wir das hier mal. Wir hatten noch keinen von diesen Blastern. Oder? Na doch, doch. Hatten wir schon mal einen. Aber den hier noch nicht. Hier ist viel zu wenig los. Kann ich weiterkommen. Ja, ja, ja. Also ich muss alle Gegner platt machen, das kriegen wir hin. Oder muss ich das? Oder muss ich einfach... Ja, was schon. Ja, noch ein über dir. Komm, Mutter. Gefällt mir. Freikling. The beat all enemies. Oh, ein bisschen sagt. Oh, nee. Er ist gefährlich. Warte mal, das machen wir einfach so. Ja. 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 Und die nächsten wollen auf die Presse. Double kill. Ein Schlüssel. Aber wo gehörte hin? Da hinten habe ich was gesehen. Da kann ich das reintun. Ich mag hier diese Bomben. So, ist weg. Da geht's weiter. Da ist... Was ist das? Oder Ultra-Stempel. Ich kann mit dem Ding nicht umgehen. Sag ich doch, ich kann mit dem... Ich kann mit dem Teil nicht umgehen. I am so sorry. Aber es gab mal eine Zeit, wo ich mit dem eigentlich ganz gut was anfangen konnte. Aber ich habe es verlernt. Ich habe das Gefühl, dass es sowas ist, verlerntst du. So, hier hat es hinzu. Ja, komm mal. Da ist Abgrund. Das habe ich nicht gesehen. Das war so hinter der Ecke versteckt. Das war so ein feuer Scheißdreck. So, ein Stempel. Eichen gedrückt, gedrückt halten. Dann komme ich da einfach so prima durch. Dich! Dich! So, das ist nicht. Da komme ich so rüber. Das ist ein bisschen schlecht. Okay, weg. Aber ich denke, die Deckung wird gemacht worden. Jetzt ist meine Rüste wieder voll da. Jetzt sollte das hier alles kein Problem sein. Abwag. Was ist ein Gegner eigentlich? Was? Shit! Das finde ich zuerst. Das finde ich das am meisten schlimm. Dein ist Ziel. Bin ich mir genau hier. Was wohnst du nicht, wo ich bin? Oh, wait, da ist Kieb. Da gibt es einen Kieb. 100 Jahre Garantie. Nie, sieh mal nicht, was ich hier was zu sagen habe. Und das Ziel. Aber davor noch 1, 2, 3. Arschlöcher. Mim. Mim. Und finish. Cooles Level. I very like that. Cool, ich nehme auf seit 28 Minuten. Da geht noch was. Da geht noch was. Wenn die anderen Parts auch 50 Minuten lang sind, dann sollte das kein Problem sein. Okay, aber ich bin kurz mal BRB. Nimm hier so, oder? Ja, okay. So, weiter geht's. Äh, gehen wir doch mal. Oh, warte, da unten ist ein Level. Und da oben geht es... Was? Ich bin da? Da ist ein Level da oben ist. Keine Sperrung, ich kann einfach so zum Boss hoch. Aber nee, das im nächsten Part. Das im nächsten Part. Oder vielleicht sogar noch am Ende des Planer. Ah, nächster Part. Nächster Part, weil dann hau ich nämlich, glaube ich, auch noch gleich das Ende rein. Da geht's noch zu 0, da will. Machen wir. Uben, richte Rockshu-Gefahr. Erklinie den Turm voller Feinde und erreiche das Ziel. Mach mal so. Gut. Ah, probieren wir es. Nio. Sie ist wohl nach unten. So. Oh no. Fallen wir es. Wie geht's. Das war es offen. Da warte, mich für eine Überraschung. Wie, wie. Aber es heißt doch nur, ich muss da nach oben hinkommen, egal wie. Ist die Bombe runtergefallen? I.U.S. Serious? Okay, 1 hat er nicht. Ich habe kein Double-Fill gemacht. Aber so ein Mistvieh! Komm her! Oh, One-Hit. Egal, nach oben. Oh, wait! Hier ist erst Checkpoint. Ich dachte, das wäre schon gewesen. Äh, hoppla. Was war das denn? Da war Checkpoint und gleich das Ziel. What the fuck? Warum? Das hätte man sich auch sparen können. Naja, egal. Oh, hey, Kali. Wir könnten theoretisch zum Boss jetzt. Was sagst du dazu? Toll, wieder von Alterna doll und du schon alles erkunden hast. Schau dir nur mal die Karte an. Das ist eine Antwort, die ich sogar zählen könnte. Als Antwort zu meiner Frage. Oh, noch so ein Teil. Immer her damit. Mit Freunden wie Düsen. Fliege mit dem Tinten-Düser und reiche das Ziel. Mit dem Tinten-Düser? Dieses Jetpack-Ding oder what? Yes! Oh yeah! Was wollt ihr machen, hä? Was wollt ihr machen? Oh, das hätte ich vielleicht gebraucht. Das Gewey drücken, um einen zusätzlichen Schub zu halten. Ja, das hat ja wunderbar funktioniert. Das Gewey drücken. Ich kann aber immer noch was machen. Alles ehrlich, jetzt ist es schön, dann sind die löslich nicht. Oh, nein, du nicht. Naja. No, No, No. No, No. No, 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 Senor. Oh, shit. Warte. Trifft doch. Irgendwann meine Aim. Fucking shit. Okay. Und das nimmt mich gar nicht mehr. Was ist das für eine Musik? Irgendwie so? ich kann mir einfach aus der ferne an was wollt ihr machen sondern der sprungfeld sein ach dein letzter checkpoint auch die schützen sei vorsichtig ich dachte über mir nicht hinter mir das war nur eine rüstung trifft doch ich treffe nicht jetzt nicht getroffen aber wunderbar und geschafft wir haben nichts mehr zum trinken falsch egal was jetzt schau mal hier weiter dann ist noch ein level und dann ist noch eine hello aber erst mal wieder was zu melden haben ich kriege gut der weisheit letzter schlitzel heißt es nicht des weisheits letzter schlüssel ach egal scheiß drauf was habe ich so auswahl wenn ich jetzt auf den weg was machen mit nascope was sind das für sicher oh nein einer von denen hat den schlüssel oder was hat das kelly gerade gesagt da spitze er hat einer von denen hat den schlüsseln die anderen haben scheiße oh er hat den schlüssel gehabt das war doch safe noch nicht alles oder ich brauche noch mehrere schlüssel werden dann bitteschön challenge wenn ich einfach so brennen um den schlüssel finden würde ich habe ihn sogar noch getroffen okay die sind nicht dumm die merken wenn die in gefahr sind das heißt ich muss mich an die anschleichen die stehen einfach nur irgendwo rum denken sie sind vollkommen sicher ich kann mich nicht von oben da sehen wie ich aber schon ein bisschen blöd das teil irgendwie das ist schon eine richtige sammlung anschlüsseln ich will muss ich haben das will ich jetzt mal wissen wie viele brauche ich wie geht es dann wohl lang hier brauche ich sein einer fehlt mir noch jetzt wie ich beide da hinten ist hier sie ach meine eigenen war nie wirklich gut da ist der letzte schüssel aber der geht noch drauf das war jetzt hoffentlich alle ja ja aber scheiße hat mich gesehen du er wird sterben ha ha ich glaube das waren alle oder yes yes oder lebt da noch irgendwo einer ne das waren alle gut ein interessantes level ein interessantes level okay das bisschen klettern und fertig dein schuh ist offen ach keine schmerz einmal im ernst fall nicht runter das wäre scheiße darf ich das nochmal machen coole sache ich glaube dann sagen ich will dir was sagen wer das sequels an jeder ecke jesus ich kriege einen kupon mit der bei 10.000 von diesen teilen an απ ein anderer weg und nach oben zu kommen jetzt sind die okay wenn ich sogar alle der will geschafft wo sehe ich denn das egal auf sie mit gestempelt hätte alle gegner innerhalb das zeit nehmen oh gott ich kann mit dem teil nicht umgehen tu mir das nicht an nicht schon wieder so was nicht das nicht so was was bitte nütze die auf dem testgelände gratis bereitgestellten power kursen helfen darf ich das testen ich krieg dann eben der neue hier kann ich dann noch mal testen quasi ok dann lassen wir loslegen ich weiß nicht ob ich die scheiße werfen kann ich hab aber verkackt kann das sein es müssten die letzten jetzt sein einer noch ich habe noch gekriegt ich habe ich habe schon die zeit auf die die auch gerade aber fest ich war das war absolut kein thema und ich habe gar keinen stress gehabt überhaupt will er das welcher eine überraschung und ich habe noch was ich habe das meinten 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 es geht Oh, lol. Es geht echt. Nice. Schon ein bisschen King irgendwie. Es geht. Äh, schön. Wie soll ich da hinkommen? Ah, hier geht's ja noch lang. Hier kann ich auch noch erkunden. Erkunden. Ich bin nicht zu nah. Da ist noch ein Level. Ja, kommt. Das machen wir noch. Dann gehe ich hoch zum Bossportal und dort geht's am nächsten Mal weiter. Haltlos, haltlos. Agiere im Rhythmus und erreiche das Ziel. Das hört sich interessant an. Was kann ich mir jetzt darunter vorstellen? In diesem Sinne musst du Schwieriges zu überwinden, um das Ziel zu erreichen. Dann nehmen wir den Nenzen. Ich mag den Nenzen. Ich sehe, dass du schon da oben. Aber der Weg, der bewegt sich ja. Was? So. Aber wenn's weiter nichts ist. Das könnte interessant werden. Boah, voll am Ende. Der hat irgendwas verhengelassen, oder? Das ist cool. I like that. Das wäre ich fast darunter gefallen. Ah, Mann. Na gut. Dafür machen wir es halt eben jetzt besser. Ich würde erstmal gerne den richtigen Windweg finden, wo ich überhaupt hin muss. Ja, mach ihn kalt! Kriegst du es hin? Der weiß gar nicht mehr, was er tun soll. War gar kein Problem für dich, oder? Das ist interessant, wenn ich die Sniper mit meinem Simon da denke. Haben die keine Ahnung mehr, was er tun soll. Jeder hat keine Ahnung mehr, was er tun soll. Was er tun soll. Äh, Viech im Gesicht. Ah! So reagieren die. Hi! So, der hat den geschafft. Hat ihn mit die Augen gehofft nach Klettermöglichkeiten. Und natürlich auch nach anderen Oktarianen. I'll come on my self. Nein, das ist scheiße. Jum. Nein! Oh Gott! Oh fuck! Was? Die bin ich hochgekommen. Hi! Heffi! Mach ihn fertig! Hier, ich hab ein bisschen nach. Das ist geil. Ei. Ne. Oh Gott! So einfach ist das gar nicht. Ah, jetzt kann ich da. Okay, ich muss also die Gegner besiegen. Und dann passiert irgendetwas, wo ich weiter kann. Aber da ist das Ende. Nein. Hoch da. Ah, das hat richtig Spaß gemacht. Ja, I like that. I like that. Pi, 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 piu. Gut, so funktioniert ein Thema. Dann Wird es jetzt wohl Zeit Boss Battle Gegen Mantaro Ich glaube Gott, der soll gar nicht so einfach sein Da will ich mich von überzeugen lassen Wie komme ich jetzt nochmal hoch? Ich kann mich zwar dahin porten, aber Okay, auf und auf Oder? Ja, da gibt es auch einen Weg da oben hin Ich finde, der Salami hat was gefunden Das ist mir gerade etwas egal Oder? Ach, fuck it Komm her Oh Erstmal in sein eigener Tod geschmissen Nice Und Es ist soweit Boss Fight Wie, aber das im nächsten Part Bis Warte, wie sind wir? Bis heute so weit, Leute Ciao Ciao